Hallo liebe Freunde, heute hole ich euch mit an einen ganz besonderen Ort. Jetzt gehen wir mal hoch. Hier vom Hederkopf sieht man ins Nahetal, den ganzen Hunsrück. Jetzt erkennt man die Mosel hinten. Sogar die Eifel-Vulkane sind zu sehen, wenn der genau schaut. Wo wir gestern waren. Jetzt sind wir einmal rund. Jetzt bin ich Gott sei Dank wieder unten. Ich habe nämlich Höhenangst. Ihr erreicht den Hederkopf-Parkplatz. 20 Minuten von Gröf aus über Dramt-Rabach. Und da sind es nochmal 20 Minuten zu laufen. Und das allein lohnt sich schon fast mal an die Mosel zu fahren.